Willi, Willi, wo haben Sie ihn kennengelernt? Naja, also ein paar von den Buckingham-Jungs sind immer zum Schwimmen runtergekommen. Naja, und da hab ich mitgemacht. Also mein Gott, ist doch wirklich nichts dabei. War sehr lustig. Und weiter? Na und weiter, den Herrn von der Schule hat es nicht gepasst. Sie schrieben mir einen Brief, ich möchte von Baden Abstand nehmen, solange die Jugendlichen ihren Leibesübungen nachgehen. Und das hat mir erst rechtlich gepasst. Dann hab ich mir sofort ein Bikini gekauft. Hey, weh, was passierte da? Na, nach dem zweiten Brief, da schickten Sie Henderson persönlich. Und dieser feine Herr behauptete, ich untergrabe die Moral der Jugendlichen. Ich und Moral untergraben. Und wie ging die Moral aus? Naja, gar nicht. Die Jungs kommen nicht mehr zum Schwimmen aus, vorbei, verboten. Willi, haben Sie Henderson seither wiedergesehen? Ja, einmal in Medlock. Da hab ich mich sehr zusammennehmen müssen. Oh, Inspektor, wollen Sie nicht einen Tee haben? Nein, danke schön, Willi. Ich muss jetzt leider weg. Vielleicht ein andermal. Na schön, Inspektor. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Ja. Wiedersehen, Schellert. Auf Wiedersehen, Inspektor. 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 Inspektor.